Virtuelle Realität wird schon seit langer Zeit als Wiedergabemodus entwickelt. Im Grunde bringt man den Menschen in eine Situation, wo er wie in einer anderen Realität sich bewegen oder etwas sehen kann und etwas hören kann und das wird einfach reproduziert. Dazu waren noch vor kurzer Zeit riesige Computer nötig und heute macht das das Smartphone. Das einzige, was wirklich dann noch immer die Herausforderung ist, ist, dass wenn man mehrere Kameras quasi kugelförmig anordnet, dass dann halt viele einzelne Bilder erstmal aufgenommen worden sind, die man dann zusammen flicken muss, zusammen nähen. Und das heißt dann stitchen. Und dieses Stitchen ist erstmal vom Computer gemacht, automatisch, und dann passt man das noch manuell an. Man kann das gar nicht vergleichen mit dem Übergang zum Beispiel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Film oder dem Übergang zwischen Farbfilm und 3D-Film. Das sind große Entwicklungsschritte in der Filmdarstellung, die auch neue erzählerische Möglichkeiten gebracht haben. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem Schritt von Film zu Film in Virtualität, denn es ist eine andere Erfahrung. Es hat erstmal einen stärkeren interaktiven Touch, weil wir als Zuschauer ja entscheiden, welchen Ausschnitt der Szene wir sehen. Also ich habe so eine Brille auch schon mal aufgehabt tatsächlich und so ein Erlebnis gehabt, also von 360 Grad, Totalvision einer anderen Welt und das war großartig. Also es war im Zusammenhang auch mit dem Film, man konnte da sozusagen über die noch bestehenden World Trade Center Tower über diese beiden Türme laufen mit so einem Seil. Und ich habe echt lange gebraucht, zwei Anläufe überhaupt loszugehen. Es war unglaublich. Ich wusste, dass das alles Quatsch ist. Ich wusste, die stehen ja nicht mal mehr. Aber du kannst überall hinschauen, du siehst New York, du siehst den Hafen, ein leichter Wind wurde noch gemacht. Es war unglaublich und ich fand das auch großartig. Das ist aber nicht die Zukunft des Kinos, es ist die Zukunft von Disneyland oder von Vergnügungsparks aller Art. Also das wird irgendwann mal so sein, man sitzt dann nur noch so da und kann also durch Feuer laufen und Achterbahn fahren und so. Man wird da viel Geld sparen, man muss das alles nicht mehr bauen. Und das ist eine perfekte, wunderbare Illusion, ein großer Spaß. Absolut richtig. Aber das Kino wird immer anders funktionieren, weil das Kino lebt vom gebauten Bild und nicht von meiner eigenen Auswahl, die ich ja da treffen kann, was wie gesagt großartig ist. Das Kino hat einen Rahmen, es hat eben das Fenster zur Welt und da baut der Regisseur etwas für mich. Da stellt er seine Vision von Wirklichkeit für mich her. Ich habe jetzt viele Debatten zu VR verfolgt und auch zugehört. Und viele sagen, so wie ich gerade, es ist was ganz anderes, was ganz Neues. Man muss die ganze Erzählsprache neu erfinden. Und die Wahrheit ist natürlich, dass das auch nicht stimmt. Es ist total neu, aber die Sprache, die wir schon erlernt haben durch das Filmemachen, die kann man schon übertragen. Man kann wunderbar schneiden. Viele Leute, die zum ersten Mal einen VR-Film gesehen haben, sagen, ja, das ist ja total krass, man ist ja total drin. Und dann schließen sie daraus, dass man alles subjektiv erzählen muss, weil sie verwechseln Immersion und subjektive Erzählführung. Und die Wahrheit ist, nein, nein, man ist da zwar völlig drin, man ist wirklich wie in einer Situation, aber man schaut zu, was passiert. Ja, das geht auch. Man muss da nicht unbedingt, wie man am Computerspiel, eine tragende Rolle haben. Ich bleibe dabei. Ich glaube, es wird die Freude bleiben des ästhetischen Genusses, der, wie wir alle wissen, auch was zu tun hat mit dem passiven Genuss, mit dem interessenlosen Wohlgefallen. Man sitzt da, man nimmt es wahr, man lässt sich auch berieseln. Das Kino lebt ja auch gerade davon, dass ich mich als Zuschauer in Beziehung setze zum Erzählten. Das heißt also auch, mich selbst objektiviere. Also ich bin da schon irgendwie unterwegs mit der Hauptfigur. Die Hauptfigur ist mein Avatar. Der ist da. Die macht die Erfahrung, die ich nicht mache. Die ist ein Grenzgänger vielleicht. Aber dieses sehr komplizierte, auch gebrochene, fast dialektische Verhältnis, das brauche ich durchaus, diesen Genuss im Kino. Dazu gehört dann auch nicht die totale Überwältigung. Sondern es gehört sogar dazu, dass ich irgendwie noch die Möglichkeit habe zu reflektieren. Und das wollen junge Leute letztlich auch. Man darf jetzt nicht Inhalt und Form verwechseln. Also nur weil der Zuschauer hinschauen kann, wo er will, heißt es nicht, dass der Filmemacher in Virtualität dem Zuschauer nicht erzählen könnte, wo er hinschauen soll. Und was er hier gerade zu sehen hat. Das ist ja nur ein Gefühl von Freiheit. Das ist ein Gefühl von Räumlichkeit. Aber die Wahrheit ist, dass man natürlich als Zuschauer von Filmen in Virtualität manipuliert werden will. Es mag vielleicht auch so im Science-Fiction-Bereich durchaus Spaß machen. Aber es hat nichts zu tun mit dem in sich geschlossenen Kunstwerk. Es wird immer Kino und Fernsehen geben. Aber es wird es so geben, wie es heute auch noch Vinyl-Schallplatten gibt. Es gibt ja auch noch Faxgeräte. Das ist ja auch noch Faxgeräte. Das ist ja auch noch Faxgeräte. Das ist ja auch noch Faxgeräte. Aber das ist ja noch Faxgeräte.